So, dann wären wir wieder, Walk to the Farmer, das Ganze jetzt auf Englisch, Basics, so jetzt machen wir das nochmal ganz kurz auf Englisch durch, ich weiß jetzt zwar, dass ein paar Zuschauer nicht ganz so gut in Englisch bewandert sind, tut mir leid, aber wenn sonst das Craften fast unmöglich gemacht wird, weil die deutsche Grammatik hier einfach so schlecht ist, dann muss ich das eigentlich auf Englisch machen So, direct us to the next world, Queen Sauberes Schweinchen Entsorgen Wegwerfen Versuchen wir es mal mit Humongous Geht doch So, vielleicht kann ich euch dadurch auch ein bisschen Englisch beibringen, das wäre doch nicht so schlecht, dann hätten wir den Bildungsauftrag auch erledigt New Hand, der nimmt Wings, fuck yeah, Wings, okay, äh Chicken Wings Oh, Chichi Okay, ähm Big Wings Magic Backpack, so, Backpacken Leute kommen Wir wohnen da dieses Riesenprachtexemplar von einem Schwein Und dann packen wir eben die Flügel ran So, dann wäre schon mal der erste Platz gesichert Und dann können wir gleich fortfahren Blablabla Ja, so spreche ich auch einmal So Schweinchen Hamster Und Mega Prachtschwein Und Mega Prachtschwein Jo Basics Abgeschlossen Dann wird man sofort wieder dieser Pflanze Danke, Herr Stark StarRite aufgesammelt Siegestattes durchgeführt Und Nächste Aufgabe in Gange So, unser erstes StarRite Hier wissen wir schon was zu tun ist Ja, Vision Danke, Herbst Pro2Grow Ähm Create Ähm Ähm Was nehmen wir denn Fertilizer Also Dünger Wieder Woah Das war ja schneller Sprouting Problem Reset Level Okay Schau mal müssen wir das sogar machen Ähm Ja, Reset Level Oh ja, mussten wir machen Malin Opa can create many things Volatility Copyrighted materials Improper nouns Oh, not a Proper nouns Improper müsste das eigentlich heißen Also auf gut Deutsch Ähm Keine vulgären Ausdrücke Und Keine Copyright Materialien Na Kleine, was denn los? Katze am Baum So Kann ich gleich mal was ausprobieren Ähm Maxwell Moustache Moustache Beard Bearded Well Dressed Flying Wow Also irgendwie sehen wir Vom Gewand her nicht anders aus Oh, Pat Erstmal ein bisschen Tatcheln Ja So und dann bringen wir Sie doch wieder Rocken Bitte sehr Ja So und jetzt bekommen wir ihn Klein Oh, wir hätten da klettern können Hm, wäre egal So, wir bekommen dann Fragmente First Steps Toad saving Lele just Buster Okay, also Mit der Bushaltestelle können wir unsere Reise beginnen Wir können uns Edwin spielen So Ich will jetzt Nein Das Tutorial will ich ja nicht nochmal Ich will doch nur diesen Star Rider Na gut Dann eben nicht So, wir können uns aber immer noch Äh Moustache Ähm Okay, wenn Well Dressed nicht geht Vielleicht Good Looking Nein, das Ah, ich scheiß drauf Das sieht episch aus Das nehmen wir So Auf Auf Zu Capital City Und zu neuen Abenteuern In unserer Super Modernen Kluft So, das wäre so eine Sache Könnte man jetzt noch kurz ausprobieren Und zwar Können wir da jetzt Moment, Moment Das muss ich jetzt nicht wünschen Moment, Moment Hat sich da irgendwas geändert? Ähm Crippled Krimpt, Kept, Chilt, Chippert, Chiselt, Krimpt Was? Civilized Woh Ähm, gibt's ein Problem? Wants someone to entertain me? Ähm 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 Pantomime Pampa, Pandemic Okay, ich hab ne bessere Idee Epic Huge Musician So Woh Fuck yeah Mime Oh, Mime I'm parked illegally Ähm Du Du Lass mich überlegen Lass mich Klebstoff und Schee Egal Ähm Lass mich überlegen Ähm Police Police Officer Scheint zu funktionieren Gut Wir hätten wieder einen Teil Was ist mit Dealkleider Lonely Cockroach Pad Oh Okay Ähm So Use notepad Adjective Ne Nicht Nicht hierfür Sondern für ihn da Okay We move So Use notepad Adjective Ähm Big Fast Rideable So Ein paar Sachen Vorausgreifend Also Rideable Wir können drauf Riten Singen 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 Ah Ähm Wado Ähm Ähm Epic Mustache Okay Das müsste genügen Wow Wow Episch Wuhu Wuhu Episch Ein singender Grashüpfer Im Riesenformat Mit einem Schnurrbart Besser geht's nicht Also das heißt In einem Game können wir wirklich Alles erschaffen Vorausgesetzt Wir verletzen da doch nicht irgendein Copyright Was ist nur denn Place One Into the phone booth To make a sidekick for me Ähm A great object Liar Go Okay Ich denke das wäre egal gewesen Wen wir da jetzt reinpacken Oh der Polizist schießt zugleich Hör auf den Musiker Hör auf den Musiker zu verletzen Hör auf den Musiker zu verletzen Okay Uh Use notepads Um 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 Build it Ne Um 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 Uh Um ich Ja, ist ja gut. Ich kann doch nicht einfach so einen Musiker angreifen. So, äh, geht's dir wieder gut? Schau, okay. Was ist mit dir? Okay, ähm, Fountain. Huge Whale. Das passt doch. Pet. Woah, okay, Moment. Das muss ich, denke ich, anders machen. Moment. Das muss ich, denke ich, anders machen. Moment. Create Object. Äh, Whale Statue. White-Waked-Wall-Murray Washable Statue. Wow! Du, Geld! Ich bin reich! Give! Pick up! So, und um das ganze jetzt noch ein bisschen epischer zu machen, los Kleiner, sing für Kaui! Du bist ein. Du bist ein, Du bist ein. Du bist ein. Das hab ich dir.